Und die erste ukrainische Front. Die erste belastische Front geht ein bisschen nördlich. Sie machen das alles. Wir haben noch kaputt gemacht und fahren weiter. Das war sehr, sehr schrecklich. Sie alle haben dort gestanden, alle mit Uniform. Nur Augen, nur Augen. Ganz schmale. Schrecklich. Das war sehr, sehr schrecklich. Und ich hoffe, das wird nie mehr ein Leben. Wir haben nicht gewusst, dass es Auschwitz gibt. Russisch heißt das Auschwitz immer. Auschwitz. Wir haben nicht gewusst. Wir haben ja keine Fotografie gehört. Wir sehen uns die Fotos.